Ja, da kommt es genau rechts eigentlich raus. Wahrscheinlich auch wieder gegen den Wind. Wie immer halt. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Mhm. 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 Ja. Ja. Danke. Ach, ich bin so ein Esel. Ich bin ein Esel. Ja, ich bin ein Esel. Ich hätte vielleicht ein Lagerhaus bauen sollen. Ich bin ein Esel. Schiff vom Stapel gelaufen Ja, das ist halt echt Das ist halt schon echt geil Wie viele hast du? Okay, weil ich hab eins Aber dafür hat meins plus 10% Angriffsgeschwindigkeit Angriffsgeschwindigkeit steht hier Plus 10% Ich hab so einen komischen Wachtmeister Ja, hier Wachtmeister Den hab ich aus dem Wasser gezogen Der war bei den Piraten irgendwo Den hab ich versenkt Also das Schiff hab ich versenkt Und den hab ich aus dem Wasser gezogen Oh, mein Stuhl knarzt so schrecklich Tag da zu mir Ja, und ein Blumenbeet Alle in den Rosenkoffern Spielstand gespeichert So Oh, ich hab einen besonderen Bewohner Besucher Besucher In King's Landing Bist du noch da? Hallo Hallo Auch jetzt hör ich dich wieder Hm Wie immer halt Ich würde das lieb nett Jungen schüchtern Oh doch Wenn ich schlafe Wow Ich hab einen Ich hab einen geilen Ähm Ähm Typen für die Hafenmeisterei bekommen Hafenaktivität 10% Immer wenn es im Konto Zu einem passiven Handel kommt Besteht die Chance 5 Tonnen Getreide Hopfen, Kartoffeln, Trauben Oder Paprika zu erhalten Aye Zumindest haben wir genug zu essen Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht Wir müssen Mäuse haben In der Scheune sind Eulen Bitte was Nein Wow Ich hab grad einen Schoner rüber geschickt Und er wurde beim Reinkommen direkt zerstört Deine Truppe ist noch nicht da, oder? Deine Stormtroopers Um Prozein ¿Dville ist Zer Um zu Sie sind bereit, für Ihre Freiheit zu streiten. Spielstand gespeichert. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich seh's. Wollen wir uns bei mir oben treffen? In meiner komischen Lagune? Das hört sich voll falsch an. Oh Mann. Was für ein Schwimmeranzug. Oh Mann. Ja. Ich verstehe. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Kompromissloser Journalismus. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, ich kenn das Problem. Kriegsschiff mergelt sich zum Wienst. Ist ja auch der Regenwald. Verstehst du? Tut mir ein bisschen leid. Tut mir ein bisschen leid. Ohne ein bisschen. Nein, dass ich so blöde Witze reiße. Ja, eben. Was kannst du tun? Auf den Koordinaten an. Nee, Gott. Hier. Ja, aber so. Warum heißt die so? Keine Ahnung. Muss ich noch ändern? Nein. Soh, ich kann das nochmal schnell laufen. bitter. Ich kann das alleged aus. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst Bereit für neue Befehle Ich muss halt irgendwas abschießen Ja, wahrscheinlich Nö, nö, ich bin da Ein Feuer ist ausgebrochen Da hab ich ja ne Dings, alles klar Keine Ahnung Ja, sobald du es eigentlich bauen kannst Irgendwie versammeln die sich gerade alle unter mir In der neuen Welt Die ganzen Piraten Das glaube ich jetzt wieder wenige Ausgebrochen Die Flammen wurden gelöscht Bist du übrigens gleich angekommen Ich sag dir dann Bescheid Was ist das? 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 Warte, mein Schiff kommt gerade dazu Das muss erst mal aus der Lagune wieder rausfahren Die Flammen wurden gelöscht Ähm, du wirst angegriffen Weil deine Schiffe haben sich gerade in die Richtung gedreht, wo die Piraten waren. Achso, du bist schon da. Ich dachte, du bist noch drüben. In der anderen Welt. Ja. Hm. Der weiß genau, was los ist. Nee, das war ich. Ja. Was? Ja. Und wieder dicker Leck. Es tut mir leid, ein bisschen zumindest. Ja, aber warum? Ich bin da. Der Arme. Was für ein fetter Leck. Ich hab keine Ahnung, irgendwie sind die alle weg. Lotto legt ab. Lotto-Segel in Formation. Die hinterher. Nee. Ja, das wurde davor angegriffen. Irgendwie die abschießen? Da kommen Schiffe. Das ist nur irgendein Gefolge. Bei mir nicht. Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Achtung! Das ist ein Zehner, fast. So lange, bitte. Nein, ich habe noch keine Obero-Dingsbums-Typies. Ich habe noch keine Obero-Dingsbums-Typies, aber ich habe noch keine Obero-Dingsbums-Typies. Ich habe noch keine Obero-Dingsbums-Typies. Ich habe noch keine Obero-Dingsbums-Typies, aber ich habe noch keine Obero-Dingsbums-Typies. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Wollen wir den da oben noch abschießen, die Kanone? Die, die mich gerade angreift. Noch schwimmen wir. Schick mal dein kaputtes Schiff in meinen Hafen. Ja, genau. Genau. Au, 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 weg hier! Wenn ich jetzt nicht auf das Riff fahren würde, dann würde ich auch rauskommen. Mhm. Ich sehe es gerade. Autsch! Weg hier! Sie beten Tag und Nacht. Lotte, segel in Formation! Ja, aber echt. So, jetzt schauen wir mal, wie es ausschaut bei mir mit Hafen und so weiter. Also ich könnte theoretisch einen Reparaturkran bauen, das Problem ist, ich habe zu wenig Lehm. Siegel. Mhm. In die Takelage! Und ich kann die bei mir auf der Insel auch noch nicht bauen. Ja. Sechs Stück. Aber ich habe noch keine... hm? Echt? Stimmt. Und. Ich bin in der Kirchen. Töter wochen. Ich bin in der Kirchen, die vuole bis zum 21. Oh nein, wir sind da sicher. Und dann bin ich da sicher! Und dann bin ich ein guter Moment! Und dann bin ich ein Punkt. Genau! Und dann bin ich ein Punkt! Und dann bin ich daraufhin! Also jetzt bin ich auf das Problem. Und das ist mir viel öfters! Bis zum nächsten Mal! Und dann bin ich auf das Flood! Und dann bin ich so im Klang. Ja, guck noch mal zu deiner schönen Welt. Äh, zu deiner schönen Insel. Ich hab's auch grad nicht. Ja. Volltreffer.